Musik Man fängt extrem schnell an und mit überhaupt keinem Bewusstsein dafür, irgendwas schön zu machen, irgendwas richtig zu machen. Nur so eine erste Idee. Was für ein Tisch ist das jetzt? Im Prozess will ich immer alles wissen. Es gibt so ein Missverständnis, dass der Kreative seinen Freiraum haben muss. Den Freiraum schafft man sich, wenn man so viel Informationen wie möglich hat. Auch all die schlechte Informationen, all das, was nicht geht. In meiner Meinung nach ist es ein anderes Bistro im Markt. Was ist neu in der Zeitung des Bistros? Was ist neu? Ich mag Partner oder Auftraggeber, die ihre eigene starke Haltung haben und nicht zu allem Ja sagen, sondern einen auch wirklich herausfordern. 20 Jahre, 25 Jahre, als ich zu Milan kam, hatte ich eine ganze Woche, um sich zu sehen und zu sehen, und zu sehen, dass ich immer noch eine ganze Woche mache. Und heute bin ich noch hier für eine ganze Woche, und mein Freiraum ist wahrscheinlich bis zu zwei halbe Nachrichten. Ich bin sehr interessiert über Furniture, But I need to find new ways of furniture in order to...